Ja, heute war ja hier unser Wake-up-Workshop am Max-Planck-Gymnasium. Was sagen Sie denn als Lehrerin dazu? Ja, also ich finde das sehr cool, dass das gemacht werden konnte, dass die Option stand, dass wir das umsetzen konnten, dass auch alles geklappt hat. Ich glaube, die Klasse war auch sehr engagiert und war wirklich Feuer und Flamme und hat das dann gerne gemacht, gerade als es dann jetzt so in die Videos ging. Und ja, ich hoffe, da kommt was richtig Gutes bei rum. Was glauben Sie, was die Schülerinnen und Schüler so mitnehmen vom heutigen Tag? Natürlich auch so ein bisschen das Handwerkzeug, so etwas zu drehen oder dann je nachdem, was sie für Apps benutzt haben, dann damit sich auseinanderzusetzen und die dann kennenzulernen. Aber hoffentlich natürlich auch Informationen zum Thema Cybermobbing und wie man das vermeiden kann oder was man dagegen tun kann oder so ein bisschen sensibilisiert zu sein, worauf man da vielleicht achten sollte oder dass das einfach nicht passiert, also wie eine Prophylaxe eigentlich. Das würde uns natürlich auch freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.